Herzlich Willkommen bei dem nächsten, mittlerweile schon fast traditionellem Weihnachtsvideo des Rodener Theologisch-Historischen Vereins. Mehr Infos wie gewohnt online unter www.rodener.de. Ideenlieferant für dieses Video ist eine auf Facebook stark geteilte Grafik gegen diese etwas seltsam obskure, bedenkliche Pegida-Bewegung. Man sieht darauf eine kleine Miniatur Ochs und Esel, darüber der Satz, bei einer Weihnachtskrippe ohne Araber, Afrikaner, Juden und Flüchtlinge bleiben nur noch Ochs und Esel übrig. Aus theologisch-historischer Sicht interessiert uns an dieser Stelle, was bleibt wirklich übrig, wenn man sich die Quellenlage, die Quellensituation zu dem uns bekannten Weihnachtskrippen-Motiv anschaut. Bekannt oder bekanntes Weihnachtskrippen-Motiv, damit meine ich an der Stelle die Weihnachtskrippen, die man gewohnt ist aus der Kirche, die man auf Weihnachtsmärkten nachgestellt sieht, die man als Bastelminiaturen kaufen kann, für sie zu Hause aufzubauen. Die Grundlage dafür bildet überwiegend sicherlich der Evangelist Lukas, der zusammen mit Matthäus die Geburt, die Jesus auch in der Bibel schildert. Wenn man sich dieses Weihnachtskrippen- Motiv noch mal kurz in Erinnerung ruft, was sieht man dort? Man sieht den kleinen Jesus, flankiert von Maria, flankiert von Josef. Man sieht in aller Regel die drei heiligen Könige aus dem Morgenlande. Man sieht den ein oder anderen Schäfer. Man sieht als Tiere Schafe und natürlich den Ochs und den Esel. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen nach. Wen muss man eigentlich aus dieser Liste rausstreichen? Wer könnte überhaupt in diesem Weihnachtskrippen-Motiv verbleiben? Und dabei versuchen wir natürlich an den Texten der beiden Evangelisten uns zu orientieren. So, beginnen wir mal bei der Figur, die wir am leichtesten rausstreichen. Das ist, es tut mir leid, es sagen zu müssen, der Josef. Der Josef war nämlich ein Jude und aufgrund der extrem strengen Reinheitsgebote in der Zeit zur Jesu Geburt wäre er niemals bei der Niederkunft, bei der Geburt selbst anwesend gewesen. Und auch die beiden Evangelisten erwähnen ihn nicht mit keinem einzigen Wort während der Geburt. Schauen wir uns exemplarisch einfach mal Lukas 1,6 an. Als sie dort waren, gemeint ist natürlich Maria und Josef und Bethlehem. Weil irgendwie mussten ja beide Evangelisten es schaffen, Bethlehem in die Betrachtung mit reinzuziehen, weil der Messias in dem ehemaligen Geburtsort von König David geboren werden sollte. Kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Dort steht halt nicht, dass Josef seiner Frau beistand während der Niederkunft. Dort steht auch nicht, dass nach der sicherlich erschöpfenden Geburt er das Kind nahm, in die Windeln legte und in die Krippe dann reinlegte. Nein, sie musste es selbst machen. Das entspricht absolut dem, was die Reinheitsgebote damals vorgaben. Als Mann hatte er dort nichts zu suchen. Also müssen wir ihn aus dem Weihnachtskrippenmotiv rausnehmen. So, dann schauen wir uns mal an die angesprochenen Araber und Afrikaner. Gemeint dürfte also ein Bewohner im Süden gewesen sein, das heißt Richtung Ägypten als Einfallstor zum afrikanischen Kontinent beziehungsweise Richtung Saudi-Arabische Halbinsel. Erwähnt werden Fremde sowieso nur von Matthäus. Lukas erwähnt sie mit keinem einzigen Wort. Und in Matthäus 2.1 wird ausgeführt, das Kind wird von Magiern, Sterndeutern oder Weisen aus dem Osten aufgesucht, die von einem Stern dorthin geführt worden waren. In der Septuaginta findet man den Begriff, also den Koine Begriff Magoi. Aus Magoi werden niemals Könige. Das heißt, wenn man sich rein an dem Bibeltext orientiert, sind das keine drei Könige aus dem Morgenlande, sondern es sind drei Magier aus dem Osten. Ägypten, dort wo das Volk Israel in der Sklaverei war. Ja, das liegt im Süden. Das heißt, aus Ägypten und damit aus Afrika kamen die sicherlich schon mal nicht. Die Saudi-Arabische Halbinsel wäre noch eine Möglichkeit, weil über diese Halbinsel lief einer der Wege der Seidenstraße beziehungsweise der alten Handelsstraßen. Man muss sich immer noch vor Augen führen, das Volk Israel kannte also sehr wohl die Gegend um Babylon aus der Sklaverei und sie unterhielten schon die ersten Handelsstückspunkte sogar Richtung Indien. Das heißt also, diese alten Karawanenwege waren ihnen vollauf bewusst und sie kannten natürlich auch die Himmelsrichtung. Das heißt, wenn hier Osten steht, meinten die eben nicht Südosten, Saudi-Arabische Halbinsel, sondern sie meinten tatsächlich das Gebiet von Mesopotamien. Das heißt, Araber und Afrikaner müssen wir ebenfalls rausstreichen. Dafür spricht eigentlich auch das Königsmotiv, was an und für sich falsch ist und was mit den Geschenken zusammenhängt. Gold, Weihrauch und Mürre, typische Handelsgüter der damaligen Zeit aus dem Osten. Und damit sind wir aber schon bei dem nächsten Problem. Die drei heiligen Könige. Bei Matthäus steht nur die Magoi aus dem Osten. Da steht nicht die drei Magoi. Das können also drei gewesen sein, das können hundert gewesen sein, das können dreitausend gewesen sein, egal wie viel. Wir wissen nicht. Und nochmal erwähnt, Lukas erwähnt sie gar nicht. Das heißt, für uns aus der Weihnachtsgrippe müssen leider auch die drei heiligen Könige oder Weisen aus dem Osten schon mal rausgenommen werden. Nun ja, wir haben ja noch die Schäfer und wir haben auch noch die Schafe. Betrachten wir Matthäus und Lukas, müssen wir aber leider Gottes auch hier feststellen, nur einer der Evangelisten, nämlich Lukas, erwähnt überhaupt Schäfer mit ihren Schafen. Und zwar in Lukas 1,8. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Wir feiern die Geburt Jesu Christu im Dezember. Jetzt ist sicherlich die Klimazone von Israel nicht dieselbe wie im damaligen Germanien. Aber Nachtfrost gibt es auch dort, vor allem im Dezember. Und zu dieser Jahreszeit findet man nun nicht allzu viele Gräser und Pflanzen, die dort wachsen. Das heißt, kein israelischer Hirte wäre im Dezember auf die Idee gekommen, bei Bethlehem seine Schafe nachts draußen zu lassen und bei ihnen Nachtwache zu halten. Die hätten die Tiere reingeholt. Man kann das aber übrigens erklären. Die frühchristlichen Gemeinden feierten die Geburt Jesu Christi auch nicht im Dezember. Sie feierten sie um den 20. und 21. April respektive 20. Mai. Unser Datum im Dezember stammt aus der Zeit von Konstantin dem Großen und sollte im Endeffekt dem Mithras-Kult den Tag des Sol Invicus, also den 25. Dezember, mehr oder weniger Klauen besetzen. Und seit diesem Zeitpunkt wird die Geburt Christi im Dezember gefeiert und spannt auch dann das Kirchenjahr über das komplette normale Jahr auf. Das heißt für uns aber leider Gottes, wenn wir im Dezember das Ganze ansetzen, müssen wir leider aus der Weihnachtsgrippe die Schäfer und die Schafe auch rauslassen. Die haben da dann leider auch nichts zu suchen. Und selbst bei einer angesetzten Weihnachtsgrippe im April-Mai muss man halt die Entscheidung treffen, ob man Matthäus oder Lukas folgen möchte. So, nachdem wir also da jetzt schon einiges entnommen haben, schauen wir uns dann nochmal an, wie das denn mit diesen Juden und Flüchtlingen ist. Maria, Jüdin, gar keine Frage und Jesus, Jude, auch keine Frage. Nur Flüchtlinge waren beide nicht. Beide mussten nach Bethlehem kommen und bzw. Jesus dort zur Welt kommen, weil die Prophezeiung halt im Raum stand und der Geburtsort von König David halt tatsächlich das historische Bethlehem gewesen ist. Lukas versucht das Ganze jetzt dadurch zu erklären, dass ein Zensus stattfand. Jetzt muss man wissen, dass der römische Zensus in zwei Varianten vorkam. Das eine war der sogenannte Bürgerreich Zensus und das andere der Provinzial Zensus. Der Reich Zensus ist überliefert kurz einige Jahre vor Christi Geburt. Er kann aber da gar keine Rolle gespielt haben, weil wäre Josef römischer Bürger gewesen, wäre dieses Bürgerrecht auch auf Jesus selbst übergegangen. Das heißt, Pontius Pilatus hätte ihn gar nicht kreuzigen dürfen, sondern hätte ihn zur Aburteilung als römischer Staatsbürger nach Rom schicken müssen und dort wäre ihm dann halt der Prozess gegebenenfalls gemacht worden. Wir können den also ausklammern. Dann bleibt noch der Provinzial Zensus. Der hat aber auch einen Schönheitsfehler. Der fand erst so um sechs, sieben nach Christi Geburt statt, wie er uns in der Bibel geschildert wird. Passt also ebenfalls nicht wirklich. Egal wie man es dreht und wendet, Flüchtlinge waren aber weder Maria noch Josef und vor allem natürlich nicht der gerade erst geborene Jesus. Gut, dann schauen wir uns nochmal Lukas 1,6 an, weil da steht, in der Herberge kein Platz für sie war. Und das ist ja diese Grundlage unseres letztlichen Krippenmotives, weil dort steht natürlich auch drin, sie liegen in der Krippe. Naja, den Begriff Herberge kennen wir von Lukas und zwar wird er ausgeführt in Lukas 10,34 und da benutzt er ganz korrekt den Keunebegriff Pandoscheion für die Übersetzung von Herberge. In Lukas 1,6 wird aber genau wie in Lukas 22,11 eben nicht das Pandoscheion benutzt als Begrifflichkeit, sondern Kataluma. Und wenn wir in 22,11 mal genau hinschauen, wird mit Kataluma das Obergeschoss einer Gaststätte beschrieben, in der Jesus das letzte Abendmahl feierte. Ergo muss auch in Lukas 1,6 ein Obergeschoss gemeint sein. Und jetzt haben wir ein Problem. Die Israeliten die Israelis haben sicherlich nicht Ochs und Esel im Obergeschoss gehalten. Entschuldigung, das ist eine absurde Vorstellung. Im Untergeschoss denkbar, möglich, aber ganz gewiss nicht in einem Obergeschoss. Und damit haben wir jetzt ein richtig fettes Problem für unsere beiden lieben Tierchen. Der Ochs und der Esel waren sicherlich nicht vor Ort. Wenn man sich den Begriff Kataluma dann noch etwas näher anschaut, stellt man fest, es bezeichnet noch nicht mal eine Herberge oder den Obergeschoss einer Herberge, sondern es bezeichnet einen Gastraum, eine Gastwohnung, die man für Familienangehörige bereithielt vor hielt, falls die mal zu Besuch kamen. Das heißt also, von der Herberge müssen wir uns leider komplett verabschieden. Was jetzt denkbar gewesen ist, dass man aus der puren Notsituation raus, man konnte ja nicht damit rechnen, dass die Verwandtschaft, die zu Besuch kam, noch ein Kind entbinden würde, kein Bett, keine Schlafgelegenheit für dieses Neugeborene vor Ort hatte. Und dass man deswegen provisorisch eine Krippe benutzte. Denkbar. Aber eine Herberge, einen Stall, davon müssen wir uns tatsächlich verabschieden. Das gibt die Begrifflichkeit Kataluma unter gar keinen Umständen her. Gut, schauen wir uns nochmal an, was also in unserer Weihnachtsgrippe tatsächlich aufgrund der Faktenlage der Bibel oder der Bibelquellen, um genau zu sein, wirklich vor Ort gewesen sein könnte. Maria, weitere weibliche Wesen und das Neugeborene. Und das war's. Das heißt, unsere Weihnachtsgrippe ist ziemlich dürftig mittlerweile. Ja, ich hoffe, euch hat diese kleine Ausführung ein bisschen Spaß gemacht. Ich werde persönlich weiterhin bei der Weihnachtsgrippe bleiben, so wie sie ist, weil ich muss ganz einfach sagen, mir gefällt sie so, wie sie ist. Und man muss nicht immer alles wortwörtlich nehmen, was in der Bibel steht. Es zählt auch viel der Gedanke. Und ich freue mich schon definitiv wieder auf 2015, wenn ich dann wieder sogar Lamas bei uns in der Weihnachtsgrippe sehen darf, weil mir macht es einfach Spaß und Freude. Ich hoffe, euch hat diese Ausführung ein wenig gefallen und man sieht sich wieder. Ciao!